Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ja diesmal nur Folge von Minecraft Customized, wo ich mal eben die Musik anmache. Äh, wo waren wir denn beschäftigt? Wir waren zuletzt dabei irgendwie so einen Berg zu, äh, zu abzubauen. Das war 50 mal ins Inventar schauen, nur um festzustellen, dass mir ein Granit raus tut. Und, ähm, ah ne, die, ja, der behalte ich mal. Könnte vielleicht nützlich werden. Ich mach da mal ganz ein weiter. Ja, wahrscheinlich kommen gleich wieder die ersten nur so 11 Haufen von Gronkh kopiert. Nein, ich hatte es in meiner Playlist als Gronkh. Hat es Gronkh noch gehabt? Ich glaube ja. Ich muss sagen, das Feld nachher mal irgendwie verschieben noch. Hoch. Ach, das ist das ganz Loch vom Granit hier. Oh. Hm. Na, das war schon mal, was ich angefangen habe. Aha, so um 36 rum. Kurz Kopfrechner, weil ich fertig sein muss. Ich kann da entweder 56 Ende machen oder 51. Oh. Okay. Soll ich das vielleicht berg mal von oben abtragen, nicht von unten. Wir müssen nur noch überlegen, was ich, was genau ich da hinmache. Weil ich kann ja nicht überall Felder machen. Gut, eine Farm vielleicht. Äh, Tierfarm meine ich halt. Ich glaube nicht, dass ich so viel Leder finde. Also so viel Kühe für Leder. Außer, ihr habt natürlich Glück, wie in einer, zwei Jahren, die ich mal angefangen hatte. Da war ja alles voll Kühe. Ne. Ja, da ist immer noch alles voll Kühe. Obwohl ich schon irgendwie viel zu viel abgeschlachtet habe. Da wollte ich auch Fleisch einschmelzen. Hm, ich wollte das Fleisch im Ofen einschmelzen. Ne, ich brate es nicht. Es wird eingeschmolzen. So, Fleischsoße. Keine Ahnung. Wenn man Fleisch einschmelzt, kommt Soße raus oder was? Ich verzapfe euch hier wieder einen Quark. Jetzt bleibt... Ah, da habe ich das Stück schon abgetragen. Ne, nein, nicht ganz. Ich glaube, das ist Andesie. Da unten werde ich auch noch so einen Boden holen. Aber ich weiß ja nicht, ob man es gebrauchen kann. Genauso wie beim Kies, den ich auch mal aus der Höhle holen muss. Warm, sneakig. Mir ist auch mal aufgefallen. Ich habe beim Haus irgendwie keinen Platz für ein Treppenhaus gelassen. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum... Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich bin mir sicher, ich habe da auch schon gerade eine Idee. Das hatte ich mir, ich glaube, gestern mal überlegt schon. So, wir müssen uns vorsehen, dass ich da einfach wieder zu mache. Dann das Treppenhaus der Rand klatsch. Wieder... Ja. So einen etwas freiereren Raum mache. Hinten jetzt übrigens Kürbisse. Also, da hinten. Da, da, seht ihr, da, 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 da. Da, eins, zwei. Vielleicht noch mehr, aber... Hm. Hm. Ich weiß nicht, wie viel Weizen hier auch noch wächst. Aber... Hier, 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 da noch zwei, da hinten noch ein bisschen was. Da, da, da. Ich würde mal sagen... Hm. Ich pflanze ein bisschen nach. Hm. Na, komm. Das muss eh weg hier hinten. So. Dass ich weiß, dass ich weg muss. Los, jetzt. Geht doch. Ähm. Ja, so. So. So, genau. Und Brot kann ich mir noch machen. Ich könnte da eigentlich natürlich auch mit den Pferden da hinten was machen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie man eine Leine macht. Oder ob man die überhaupt machen kann und stattdessen in irgendwelchen Dungeons finden muss. Apropos Dungeon. Wir haben ja viele Dungeons eingestellt. Oh, es wird Nacht. Die sind noch mal Kartoffeln fertig. Kann man nämlich gleich meine Feldhacke da rausholen. Meine Steinhacke, um genau zu sein. Wir müssen ein Gestein einlagern. Wow. Ein Granit. Habe ich ja ganz viel. So, mal zwei Sticks alle reinhauen. Die Dinger können da rein. Ey, es ist doch schon Nacht. Ich sehe doch schon die Sterne. Ah. Zumindest kann ich sie mir vorstellen. Boah, wie man ja ewig warten muss. Huch. Nein. Da wieder Kartoffeln. Habe ich eigentlich einen unendlichen Brunnen irgendwo? Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ursprünglich einen gemacht hatte. Hm. Wir sind jetzt Wasser. Da ist Wasser. Das kann ich immer aus dem Fluss runter, weil der Fluss ja irgendwie weg ist. 1, 2, 3, 4, genau. Hier kann ich schon mal Erde reinsetzen, doch Erde reinsetzen, genau. Wenn ich gerade, wie es macht, dann mache ich hinten nämlich ein Karottenfeld hin. Wenn ich so auch von allem hier irgendwas habe. Das sind ja noch kleine Felder. Ich habe jetzt mit einem Freund auf einem privaten Server viel größere Felder gemacht. Das sind so, äh, eine zweimal zwei Fläche, also vier Felder. Äh, von drei verschiedenen Sachen irgendwie. Das heißt, zwölf verschiedene Felder. Ich denke, ich werde hier immer ein Stück von dem Berg noch abtragen. Bisschen, genau. So, das wäre das erste Feld. Mach ich es mal so. Aber da hätte ich gar nichts in den Pflanzen eigentlich. So, drei neue Karotten. So, hier praktisch nicht, wie ich so durch, durch die, zur Kiste lang könnte. Ach, da ist schon was da drin ist. Aber da ist gar nichts weiter drin. Was ist denn der Kiste halt? Ähm, nee. Mein Buttererz. Buttererz. Ich weiß nicht, ob ihr das gar das Minecraft zufällig kennt. So, einfach mal Ofen Kartoffeln draus, dann passt das. Und ich muss so einen Berg noch abtragen hier, fertig. Hm. Ich wollte gerade zeigen, vielleicht finde ich hier Eisen, aber Eisen wird ja nicht, wird ja nicht mehr bis zu hoch generiert, weil ich hier die Einstellung umgeendet habe. Ah. Schau mal, ich habe noch ein paar Kartoffeln, ich kann die direkt da drauf stacken. Das Feld hier brauchen wir nämlich nicht. Also wenn ich das Feld. Hm. Das muss man so. Oh, keine Spitzhacke mehr. Ich meine, da habe ich einen Stack Eisen oder so noch drin. Jupp. Schau mal, in den Kommentaren drin steht, uploadet doch auf 4 ab und macht die in der Faden-Table. Kommt alles noch, kommt alles noch. Wobei ich dann auch Bücher brauche. Also das, ja. Da, 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 da. Das ist eigentlich am Anfang von einer Folge laufen, der Soundtrick hier. Adolf ist der Berg hier gleich weg. Vielleicht werde ich auch einen Zugriff bei irgendeinem Texture-Pack spielen. Ich habe ein paar, die allerdings, ja, alle outdated sind. Und wenn ich outdated sage, dann meine ich auch outdated. Kann mal, dass einer eigentlich aus der 1.5.2 ist, was ich drin habe. Ich kann jetzt ganz kurz zeigen, oder? Ja, das ist 1.5.1 sogar. Das ist ziemlich, das sind alle outdated hier. Außer die vielleicht 1.7.2 und Rage-Mode. Und, ja, 512 habe ich auch. Weiß nicht, was lädt ist überhaupt? Ich glaube, es lädt, aber es ruckelt halt hart. Ich meine, ich habe es heute so, schon nur noch 30 VMs hier ungefähr. Also mehr oder weniger halt. Hä, hat mir, nee, ich wollte gerade sagen, hat mir nicht gerade hier schon Monkey Island, aber... Das war ja was anderes, was wir gerade hatten. Oh, das affige Lied hier. Warte, ist das, was nur über das Gronkh-Radio oder wie auch immer die Website heißt, gefunden wurde? Ja, ich habe auch einen Account im Gronkh-Wiki. Habe sogar mal was hinzugefügt. Aber ich habe ja schon erzählt, dass ich die Mörderhöhle mal untersucht habe, ein bisschen gründlicher, ne? Bin ich nur so für zwei oder drei Folgen oder so erzählt. So, der Berg an sich war schon mal weg. Ich habe eigentlich jetzt 51, ich könnte die Folge jetzt beenden. Allerdings, wenn ich mal noch eben... Moment, jetzt. Ich habe das Profi-Karte von draußen. Ich habe gerade wieder keine selbst. Hier sind welche fertig. Also ein normaler Karte von Halt. So, einige fertig. Oh, noch welche. Hier noch mehr. Kann ich nämlich mal... ...das Getreide hier runterhauen. Ja, ich mache noch ein eigenes Getreidefeld. Ne, ich möchte es so haben und dann so und so. Viel Kohle habe ich da eigentlich drin. Auf jeden Fall zu wenig. So, ich mache hier noch ein bisschen Clean-Stone. Und ich kann ja mal die Mine öffnen hier sozusagen. Granitmine. Lag. Okay. Vielleicht finde ich ja sogar eine Höhle. Mit Dungeons ohne Ende. Ich bin mal in Creative-Modus, also so... Ne, es war so halb Creative, halb Beobachter-Modus. Irgendwie mal so die Höhlen durchgeflogen. Habe ich eigentlich mal nach so doppelten, dreifachen Dungeons gesucht. Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts gefunden. Aber ich hatte tatsächlich was gefunden. Hat, glaube ich, sogar mal ein Dreifaches gefunden. Mit nur zwei Spawnern. Da hat irgendwie das eine Dungeon... Also den Dungeons irgendwie dem anderen... irgendwie durch die Wände des... den Spawner weggeneriert oder sowas. So. Wenn wir die Fackeln hier sparen. Ach, schau mal, was da ist. Ach, Diorit ohne Ende. Hä, wird das schon wieder Nacht? Ja, lol. Mensch, kann die Folge ja beenden. Gut, noch kurz das Zeug einsortieren hier. Was das anders sieht. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge mal hier. Oder ich mache weiter. Ja, ich... Äh... Erinnere jetzt einfach noch eine Folge auf. Oder wenn es nur ein Stück ist, na gut. Also bis zur... Bis morgen dann sozusagen aus... Mein... Ja doch, genau. Bis morgen. Aus meiner Sicht. Wie ist es der Kistin. Also ich gehe mal, so boh, ist es nicht mehr... Aufisi稍bik. Aber ich herbs mascot. GmbH l全 kids in Holland. investiert. Ist es nicht mehr? Alles Problem. Süff Curtis. biert. Das ist проводовso падiert.